Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des textlastig-Podcasts mit dem Falk. Hallöchen. Und ich lenne mich gleich selbst vor, weil Falk macht sowieso nicht. Ich bin Simon, hallo, und wir spielen Text-Adventure. Hey Simon, welche Überraschung. So Falk, und heute stellen wir uns eine wichtige Frage. Welche? Vielleicht die wichtigste Frage. Willst du, Falk? Ich denke schon, ja. Also wollen, ich möchte gern. Gut, es geht nämlich heute um die Hochzeit. Achso. Und ja, ja, Falk, jetzt kein Zurück mehr. Du hast jetzt mehr oder weniger Ja gesagt. So, morgen geht's vor's Standesamt. Und dann müssen wir uns drum kloppen, welchen Namen wir übernehmen. Tschüss. Also den Namen. Spaß. Es war ein Spaß. Das ist ein sehr schöner Name. Bevor wir zum Spiel kommen, nur eine Sekunde. Vielen Dank für das Feedback, liebe Leute. Wir machen immer kurz ein Name-Dropping, damit sich alle freuen. Also, Pintman, Alexa, Enigma, David, Christian, Hannes, James, Lorenz, Sören und Ela haben uns Feedback gegeben. Vielen Dank dafür, vor allem auf die neue Veröffentlichungsstruktur. Und es finden alle scheiße. Na, nicht alle, aber das Feedback war jetzt eher schon so, naja, geht so lala. Und, äh, aber es gab einen sehr guten Vorschlag und der macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das war von Lorenz. Ah, jetzt habe ich es nicht mehr da. Die E-Mail. Auf jeden Fall kam der Vorschlag, dass wir statt alles auf einmal zu veröffentlichen, ähm, die Staffel trotzdem aufnehmen. Einfach so, wie wir das jetzt uns gedacht haben und dann aber jede Woche veröffentlichen. Und das können wir mal ausprobieren, weil so können wir sicherstellen, dass wir wirklich jede Woche dann was haben und nicht wieder Lücken dazwischen kommen. Und, äh, dann ist der Podcast ja nicht so voll und man weiß, unter welcher Episode man kommentieren muss, soll, kann. Und, äh, man kann sich dann nochmal auf die nächste Woche freuen, weil der Veröffentlichungsrhythmus, den wir ja hatten vorher, war alle zwei Wochen. Und da kam auch das Feedback, dass das ein bisschen zu lang ist. Das stimmt. So, und das heißt, wir, wir, ja. Nee, sprich ruhig zu Ende. Nee, ich meinte nur, vielleicht versuchen wir jetzt beides, äh, nee, das Beste aus beiden Welten zu nehmen. Und, ja. Nee, ich wollte bloß noch mal mit, äh, ein oder zwei Sachen aufräumen. Sagt man das? Nee. Also aufklären. Und zwar, ähm, in manchen Kommentaren schien es mir so, als würden die Leute annehmen, dass wir am Stück aufnehmen. Alle Folgen. Ähm. Besonders jetzt für diese neue Release-Form. Äh, tun wir aber nicht, ne? Also so viel Zeit haben wir nicht. Also wir können, also wir haben nicht die zeitlichen Möglichkeiten, uns ein, zwei Tage komplett hinzusetzen und alle Folgen aufzunehmen. Das schaffen wir nicht. Äh, war es nicht genau andersrum? Ich hatte den Eindruck, dass die Annahme ist, dass wir eine Folge aufnehmen, dann veröffentlichen und dann die nächste Folge aufnehmen, sodass wir jeweils auf das Feedback der Folgen eingehen können. Ja, ja, genau. Also ich muss beides, ich muss beides korrigieren, ne? Also einerseits gingen die Leute davon aus, dass wir durch dieses neue Auf-, äh, durch das neue Releasen natürlich einerseits nicht mehr unter jedem, unter jeder Folge der Kommentar Sinn macht. Okay. Äh, und als Vorschlag wäre, zu dem alten zurückzugehen in der Annahme, dass wir auf jede Folge, also das Feedback jeder Folge aufnehmen können. Aber das können wir nicht, weil wir, egal wie wir releasen, immer schon ein, zwei Folgen voraufgenommen haben früher. Genau. Und dann können wir auch nicht mehr auf Kommentare in der nächsten Folge Bezug nehmen und so. Genau. Also das könnten wir, selbst wenn wir zurück, also ja, selbst wenn wir zurückgehen zum alten Release, zur alten Release-Form, könnten wir das nicht. Aber ich meine zumindest in ein oder zwei Kommentaren, äh, auch so irgendwie zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass angenommen wurde, dass wir durch die neue Release-Form den Vorteil haben, dass wir alles mit einem Mal spielen. Ach so. Aber das ist auch nicht der Fall. Also das, ne, wir haben rein die Release-Form verändert. Weil selbst wenn diese Spiele nicht so lang wären, ähm, ihr merkt ja, wie wir teilweise an einzelnen Rätseln knaubeln und hätten wir dann nicht die Unterstützung der netten Entwickler, die wir dann nochmal fragen können, äh, äh, also, ne, das dauert, da ist dann ja sowieso immer eine kleine Pause dazwischen, wo wir dann auf E-Mails warten und sowas. Genau. Naja, aber auch so, wir schaffen es ja, also an einem normalen Tag kann man ja glaube ich so sagen, ne, äh, schaffen wir so durchschnittlich zwei Folgen aufzunehmen. Und da merkt man zwischen zwei Folgen, die kann man wahrscheinlich ganz gut raushören, welche das waren, weil meistens gibt's dann halt die zweite von diesen Folgen, da wird nicht, 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 nicht so sonderlich viel dummes Zeug gelabert von unserer Seite aus, weil wir immer noch von vor einer halben Stunde wissen, was wir gemacht haben, meistens. Ja, gut, okay. I rest my case. Aber, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ist wahrscheinlich irrelevant, sonst wäre es mir wieder eingefallen. So, dann sag ich jetzt mal was. Sag mal was. Und zwar, wir befinden uns in einer Kammer bei dem neuen Spiel. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich sitze eindeutig auf einem Stuhl hier, aber nicht in einer Kammer, aber okay. Ja, je nachdem, wie man seinen Raum halt beschreiben möchte, ne. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mir jetzt spontan, wenn ich an Hochzeit denke, hätte ich mir was anderes vorgestellt, wo ich sitze, wo wir sitzen, Falk, ne. Ne Kammer, weiß ich nicht. Oh, vielleicht sind wir die Braut, die versteckt wurde. Oh, hallo. Was, wird eine Braut versteckt? Ja, na, das ist doch manchmal so ein Brauch, dass die Braut geklaut wird und dann muss der Bräutigam sie finden. Bitte was, wo gehst du Hochzeiten feiern? Gehört das gar nicht so dazu, wenn man die Frauen führt? Okay, dann haben die mir das nur so erzählt. Ne, aber stimmt, das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo gehört. Sowas gibt's, sowas gibt's, ja. So, und vielleicht, wir können es rausfinden, indem wir jetzt einfach mal anfangen, den Text zu lesen. Hm, ja. Okay. Soll ich? Wenn du möchtest. Gut. Seit dem Tod deines Bruders bist du als Nachgeborener für den Thron vorgesehen. Oh, ha. Hm, ob das ein Zufall ist, dass unser Bruder da um die Ecke gebracht wurde? Dabei wolltest du nie eine solche Bürde. Deine Familie hat eine Braut für dich raus ausgesucht. Aus hohem Hause, dynastisch eine kluge Wahl. In einer Stunde sollst du vermählt werden. Die Hochzeit. Eine interaktive Flucht. Eie, das findet ja aber gut an, der Untertitel. 2003 von Maximilian Karlus. Hey, da haben wir aber auch schon einiges, ne? Ja, der hat, ähm, also von ihm haben wir einige Spiele gespielt und zwar die Bewerbung, das Kopialbuch und das Felleisen und Star Rider. Und er hat aber sogar noch mehr Spiele, die wir aber noch nicht gespielt haben. Aber das ist jetzt Zufall, ne? Also das haben wir jetzt nicht deswegen ausgesucht. Das ist uns einfach nur im Ordner unserer Spiele aufgefallen und wir dachten, Karl May es sei. Er hatte ein Händchen für Spieletitel, denn irgendwie stechen die heraus, dass wir sie immer spielen. Hm, das stimmt. Ähm, ja, äh, äh, äh. Möchtest du noch die Release und die Serial Number vorlesen von Inform 6.21? Nein. Okay. So, also, Kammer. Das Schlafzimmer des Kronprinzen. Achso, du wolltest, ich wollte auch mal was lesen. Na, dann lies du, bitte. Das Schlafzimmer des Kronprinzen. Deine Kammer also. Alles hier strahlt edelsten Luxus und den schweren Hauch Jahrhunderter deiner Dynastie aus. In Klammern. An dieser Stelle soll nichts über die dunkleren Zeiten deiner Familie erwähnt werden. Klammer zu. Dich langweilt dieser Luxus aufs Äußerste. Wie dich eigentlich alles in deinem Leben langweilt. Bis auf die wahre und wirkliche Liebe. Den größten Teil der Kammer nimmt ein absurd luxuriöses Himmelbett ein. Ein Mahagoni-Tisch ziert die Ecke deines Zimmers. Und auf dem Tisch aus Mahagoni ist ein Buch. Il Principe? Mhm. Das ist im Lateinisch, nehme ich an. Das klingt eher Spanisch, oder? Also, Il hätte ich noch nie gesehen. Aber gut. Ach nee, stimmt, du kannst ja Spanisch, ne? Also, naja, vielleicht ist es alte Spanisch oder so? Man weiß es nicht. Ähm, es ist geschlossen. An der Ostwand führt eine Tür zur Hochzeit. Dein Verderben. Dein Verderben. Das wäre sehr positiv. Im Norden zeigt ein Fenster dir die Nacht. Oder die Freiheit, könnte man auch sagen, ne? Das hast du jetzt aber dazu gedichtet. Das habe ich dazu gedichtet, genau. So, warte mal, ich bin gerade bei, ähm, bei Gogol. Und da kommt, wenn ich Il Principe eintippe, kommt der Fürst. Aha. Ah, Il, ah, okay. Also, ich weiß nicht, ob es Il ist, aber es ist italienisch. Italienisch, mhm. Also, also, na gut, ich kann diese Sprachen alle nicht. Aber Il oder so hätte ich jetzt nicht irgendwie komisch. Naja, gut. Sind wir wieder klüger, können wir was Neues vergessen, ne? Ja, genau. So, wollen wir doch jetzt mal hier gucken. Wollen wir denn mal zur Tür gehen? Einfach mal so. Ja, also hier in meinem Player gibt es Punkte und Züge oben, ne? Also, wollte ich nur anmerken, könnte heißen, dass wir sterben können oder dass es Limits gibt und sowas. Nur so nebenbei. Okay. Also, ich würde sagen, wir können ja einfach mal durch die Tür gehen in unser Verderben. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, was kann da schon passieren? Verderben kann ja vieles, ne? Okay, also, wollen wir? Also, auch nicht erst umschauen und so direkt rein ins Verderben. Wir kennen die Frau ja noch gar nicht, oder? Also, vielleicht ist sie super cool. Unwahrscheinlich damals, aber gut. Naja. Also, ich sag jetzt damals, so Drohnen, ne? Also, ich nehme an, dass wir in der Vergangenheit sind. Also, wir gehen jetzt mal nach Osten durch die Tür. Oder? Mhm. Zack. Du kannst nicht, weil die Tür zur Hochzeit geschlossen ist. Ja, Junge. Öffne Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht wir das Verderben für die Frau sind, wenn wir so dämlich sind. Niemals freiwillig, sagt er beim Kommando, öffne Tür. Ja. Ja, gut, dann. Aber du, wir steuern ja ihn. Also, wir sind ja sozusagen eine überörtliche Kraft, die ihn, er hat ja keinen freien Willen. Und dementsprechend ist es ja auch nicht freiwillig, wenn wir ihm den Befehl geben, die Tür zu öffnen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist etwas Esoterisches, ne? Dass wir ihn steuern irgendwie, finde ich. Ich bin betrübt, dass das Spiel meinen Willen nicht befolgt. Na und gut. Es ist relativ eindeutig, dass wir uns wahrscheinlich das Buch angucken sollen, oder? Aber wir können uns das erst mal selber anschauen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Und was wir in den Taschen haben. Genau. Schau dich an. Du siehst wunderschön aus, wie immer. Moment. Sind wir jetzt schon wieder auf sexistische Kackscheiße reingefallen? Vielleicht sind wir eine Frau. Ähm, nee. Also, ich, also, sag mal so, ich glaube nicht. Moment. Oder, also, oben hieß es nur der Bruder? Okay, es könnte sein. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Historie so normal war, dass Frauen mit Frauen vermählt werden. Weil. Ja, es stand ja auch da, Schlafzimmer des Kronprinzen. Ja, ja. Ah, ja, stimmt. Genau. Gut, sie können sich verschrieben haben, aber. Also, keine sexistische Kackscheiße. Genau. Wir haben in dem Fall zutreffend das Geschlecht erraten. Wir haben, und wir sehen wunderschön aus. Und wenn wir mal unsere Taschen durchwühlen, tragen wir nichts bei uns. Wie sich das für eine reiche Person gehört. Ja, richtig reiche Leute haben nichts dabei, weil die brauchen auch nichts. Das stimmt. Das haben Diener, die alles hinter ihnen her tragen. Man kann sagen, jemanden haben wir dabei. Genau. Der hat dann wiederum alles, was wir brauchen. So, ich schaue mich nochmal kurz um. Aber da kommt derselbe Text wie eben. Das heißt, wir können jetzt mal das Buch erst mal den Tisch untersuchen, beziehungsweise unter den Tisch schauen. Wie wir das immer machen. Schau unter Tisch. Ach so. Schau unter Tisch. Okay. Ich habe schon das Buch untersucht. Ach so. Du findest nichts Interessantes. Moment mal. Bei mir steht da, Gerald grinst spöttisch und meint, Hoheit, es ist Zeit. Ja, das liegt daran, dass du den Satz vorher nicht gelesen hast. Das steht nämlich da, plötzlich fliegt die Tür auf und Gerald, die Wache, stürmt in deine Kammer. Stimmt, aber das steht bei mir da, weil ich das Buch angeschaut habe. Aber was hast du vorher gemacht? Ja, ich habe einfach den Tisch angeguckt und das Buch noch nicht angeschaut. Ich muss aber sagen, diese Wache ist ziemlich ungehobelt. Ja, wir sind hier der Prinz, da wird angeklopft. Stimmt. Ja, was soll das denn hier? Wo ich das Buch gerade erwähnte, also ich kann kurz vorlesen. Irgendso ein Buch, welches dir als Pflichtlektüre des Kronprinsen beschrieben wurde. Moment mal, wieso beschreibt denn sich unser Text, den wir lesen? Also in dem Text beschreiben wir uns selber als aus dritter Person. Finde ich elegant. Gefällt mir. Also es gefällt ihm, muss ich sagen. Wem? Mir. Achso. Also ihm meine ich natürlich, Entschuldigung. Ja. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Euch gefällt es, ja? Ja, warte mal, aber euch? Das ist das Royale. Das musst du sagen. Ich sagte es ja auch. Achso, ja. Korrekt. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Was ist denn hier los? Okay. Okay, also. Moment, warte. Musst du mich kurz wach schütteln, ein bisschen, weißt du? Nein. Ich will es gar nicht wissen, was du gerade gemacht hast. Man muss sich ab und zu Sauerstoff in die Äderchen. Es hörte sich nicht jugendfrei an. Stimmt. Okay. Zurück zum Thema. Lenke nicht immer ab. Ja. Gut, also. Ja, der Gerald sagt, es ist Zeit. Aber warte mal. Will der uns jetzt zu dieser Frau schleppen? Das wollen wir nicht, oder? Wir können erst mal sprechen mit dem Kerl, oder? Ja, okay. Sprich mit Gerald. Du kannst nichts dergleichen sehen. Ist der unsichtbar? Gerald. Wer spricht hier? Das ist ein Geist. Vielleicht muss man ihn großschreiben oder ansprechen mit königlicher Wache oder so. Oder, nee, Moment mal, wenn wir hier der Headhorn-Show sind, dann reden wir generell alle Menschen nur mit Hey an. Nee, du, ich glaube, wir reden nicht mit dem, weil es unter unserer Würde ist. Das kann natürlich sein, aber dann hat er auch nichts dagegen, wenn wir einfach nicht nach Osten gehen, oder? Genau, wir stellen uns ans Fenster und gucken raus. Ja, genau, wir können sowieso erst mal aus dem Fenster gucken. Schau aus Fenster. Sorry, Gerald, du bist nicht wichtig genug. Du findest nichts Interessantes. Der Wachmann runzelt die Stirn und meint bestimmt, nun komm, die Gäste warten. Wie redet der denn mit uns? Nun kommt, Moment, ich meine, das Tee nicht richtig pronanziert. Nun kommt, die Gäste warten. Wo kann ich sagen, der duzt uns, Abonnier etwa. Ja, ich fände es schon gut, wenn der uns mit Fürstensohn oder so anredet. Fürstenjohnny. Hier, ich habe fast das Gefühl, dass wir erst später aus dem Fenster springen. Wir, glaube ich, äh... Oh, wollen wir jetzt aus dem Fenster springen? Das versuchen, einfach vor seinen Augen. Das wäre doch super witzig. Okay, spring aus dem Fenster. Spring aus dem Fenster. Und tschüss. Du solltest das Fenster erst öffnen, steht da. Ach, es gibt da schon Glas. Gerald ist inzwischen sichtlich verstimmt. Ihr wollt euren Vater und eurer Familie doch nicht etwa enttäuschen? Kommt, oder ich zerre euch vor den Altar. Hallo? Ja, okay, lass uns erst mal nach Osten gehen, bevor jemand sich... Nee, nee, nee. Hallo, wir machen erst mal das Fenster auf und springen da raus. Ich finde das nämlich super cool, dass das Spiel einfach sagt, bei dem Befehl spring aus dem Fenster. Dann, ja, also sollst erst das Fenster öffnen, andere Spiele hätten gesagt, so, das ist keine gute Idee. Und hier so, naja, mach halt erst mal das Fenster auf, ne? Okay, also ich... Öffnen wir das Fenster? Du öffnest das nachtschwarze Fenster. Die Wache nähert sich dir langsam. Oh Gott, das ist ja spannend hier. Und jetzt spring aus dem Fenster, okay? Zack. Oh. Hi. Also, Moment, es hat ein bisschen gescrollt. Spring aus dem Fenster. Du könntest dir etwas brechen, Ausrufezeichen. So wagemutigt ist ein Kronerbe doch nicht. Schneller als erwartet. Er greift dich, Gerald, packt fest zu und schleift dich zur Hochzeitsgesellschaft. Das war's dann wohl. Du bist gestorben. Hä? Du bist direkt gestorben. Was ist denn... Au, ich glaube, wir haben... Also, wir sind nicht aus dem Fenster gesprungen und gestorben, sondern wir sterben, sobald wir... Verstehen. Genau. Also, müssen wir einfach nur schneller sein. Der Hintergrund ist, wir haben, äh, die, die Frau vor dem Anteil ist Medusa. Und sobald wir die angucken, zack, Steinstatue. Ich wollte gerade sagen, sind das die nicht, die, die singen? Nee, ne? Das sind die Hyänen. Genau. Wie heißen die? Die Hyänen, genau. Die Sirenen. Aber gut, äh, Hyänen, Sirenen. Ich glaube, das wird in der Wüste auch nicht so lange überleben. So, hey, guck mal, da sind die Tiere, die so schön singen. Sirenen, die kommen ja jeden Tag vorbei, passiert gar nichts. Ach so, okay. Also, was machen wir? Neustart. Ähm, okay. Oder? Also, einfach, nee, also, eigentlich ist das Spiel jetzt rum, ne? Ja. Tut uns leid, liebe Zuhörer. Sorry. Und Zuhörerinnen. Nein. Tschüss. Also, was wir machen müssen, ist ganz offensichtlich. Ich hab schon Neustart getippt. Ich auch. Wir müssen, ähm, den Typ am Reinkommen hindern. Ergo müssen wir, äh, den kleinen Tisch, na, der darf nicht reinkommen. Aber wir können auch einfach schneller sein. Wie schnell? Na, nicht erst dumm rumgucken, einfach Fenster auf, raus. Ach so, du meinst, du meinst direkt Fenster auf. Ah ja. Ah gut, okay. Also, wir haben neu gestartet, jetzt direkt öffne Fenster und dann direkt raus, oder was? Ah ja. Okay, und jetzt, spring aus Fenster. Ach so, ich hätte jetzt, ach, ja, jetzt kommt ja nur der Satz, du könntest dir etwas brechen, so wagemutig ist dein Kronerbe doch nicht. Ach so, der Teil des Satzes stimmte noch, bevor wir weggezählt wurden. Okay, alles verstehe ich. Ja, also, das geht nicht, schade. Okay, hier. Müsst du wieder zwei wertvolle Züge verloren, ne? Okay, also, Schiebtisch, oder was? Die deutsche Bahn wird nicht amused sein. Obwohl, warte mal, der Mahagonitisch steht ja in der Ecke, laut Beschreibung. Ich hab ne Idee. Okay, wir nehmen den Tisch und klemmen den unter die Tür, sodass der, die Türklinke nicht runterdrücken kann. Ja gut, was der Kerl da, wir sehen ja nix, ne? Was der so, was der Kerl direkt macht, ist mir eigentlich egal. Ich schreibe einfach nur Schiebtisch vor, 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 Tür. Ja genau, Schiebtisch an Tür. Ne, das geht nicht. Schiebtisch an Tür. Ja, oder einfach nur Schiebtisch. Hier, wir müssen jetzt was testen. Und zwar, ne, wir haben aus dem letzten Advent hier gelernt, ob Benutze funktioniert. Es bewegt sich keinen Millimeter, steht da. Ach, warte mal hier. Du hörst etwas neben dir auf den Boden fallen. Als du schaust, entdeckst du... Was, 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 was? Ich hab Schiebtisch gemacht, ne? Aha. Und da steht da, es bewegt sich keinen Millimeter. Ah. Und drunter steht noch, du hörst etwas neben dir auf den Boden fallen. Mhm. Als du schaust, entdeckst du ein altes, äh, ein gefaltetes Pergament. Es ist offenbar durch die geöffnet, durch das geöffnete Fenster hereingeflogen. Hä? What? Ah, okay. Interessant, weil das, äh, das hat also nichts mit dem Tisch zu tun, sondern... Ja, das ist aber total clever, ne, dass wir das Fenster aufgemacht haben. Ja, sorry, Falk, aber wir sind halt... Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, hier, Lies, Pergament, mal gucken, was jetzt da drin steht. Stimmt, wir müssen erst mal, ähm, zu... Oh, ich gebe ein, Lies, Pergament, ja. Was kommt als Text? Das Pergament ist im Moment zugefaltet. Was wohl darin steht? Äh, wirklich, ich glaube, die Frau ist besser dran ohne uns. Wir sind ein Dummbatz. Das stimmt. Äh, öffne... Aber danke für den Tipp, ich habe direkt öffnet Pergament getippt. Pergament. Du faltest das Pergament auf und siehst, dass dies eine Nachricht von deiner Liebsten ist. Ach, also doch, äh, Lies, Pergament. Und wie hat die das jetzt hier ins Fenster geworfen? Ist die sehr groß, oder was? Händisch vielleicht? Meinst du, die steht vor dem Fenster und wir sind eigentlich im Erdgeschoss, oder was? Ach so. Hier steht, komm sofort zu unserem Baum, ich warte auf dich. Lass uns ein neues Leben beginnen. In Liebe, C-Punkt. Falsch, äh, Falk. Da steht, ich warte auch dich. Ich warte auch... Oh, stimmt. Ja. 16 Jahre hat es gedauert und jetzt haben wir den Schreibfehler gefunden. Ich warte auch dich. Sehr gut. Also, lass uns ein neues Leben beginnen. In Liebe, C-Punkt. Ja, jetzt aber los. Und dann... Du weißt, das muss nach... Also, ist wahrscheinlich überhaupt nicht, äh, die Geliebte, also die Liebste, oder wie haben sie jetzt geschrieben? Genau, die Nachricht von deiner Liebsten. Die wäre jetzt eigentlich, also die hier im Nachbarraum steht. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Genau, denke ich nämlich auch. Das wäre auch komisch, dass die gerade dort vorm Altar steht und uns gleichzeitig einen Brief durchs Fenster werfen kann. Das hätte, also, sie wäre ein multidimensionales Wesen vielleicht. Oder sie ist einfach nur sehr flott. Oder hat sehr lange Arme. Stimmt. Okay, was machen wir jetzt? Also, springen aus dem Fenster ist erstmal keine Sorption. Das geht ja nicht. Warte mal, lass mich den Text oben nochmal lesen. Wir müssen Züge sparen. Ich bin in Zug 6. Für mich ist Gerald schon da, also. Ach so. Ich habe keine Zeit. Ja, gut, dass wir hier rundenbasiert war, schreiben, ne? Mhm. Okay, oder? Der kommt aber nie, ja. Alles hier strahlt edelsten Luxus. Schwerer Hauch, Dynastie, bla bla bla. Aha, langweiler. Oh, hier, wir können das Buch nach ihm werfen. Ja, irgendwas mit dem Buch müssen wir machen. Ich glaube schon, ja. Wirf Buch. Ach nee, warte mal, bei mir ist der Typ ja gar nicht da. Also, nimm Buch erstmal. Nimm Buch. Okay, trägst das Buch jetzt bei dir. Plötzlich fliegt die Tür auf. Ja, ist auch ungehobelt, ne, vom Gerald. Ist ja auch. Ich finde das nicht gut. Wer hat denn den eingestellt? Wirf Buch nach Gerald. Gerald. Finde ich eigentlich einen schönen Namen, Gerald? Naja, egal, okay. Du hast im entscheidenden Moment nicht die Nerven dazu. Gerald grinst spöttisch und meint, Huheit, es ist Zeit. Ich habe einfach nur Wirf Buch eingegeben und dann steht da, fallen gelassen. Okay. Ja, ist so gesehen ja auch nicht falsch. Also, fallen lassen ist ja schon werfen, aber mit Distanz null. Genau. Ohne Beschleunigung. Genau. Wir stehen also vor Gerald, gucken ihn an und lassen einfach das Buch rein. Ah doch, eigentlich schon mit einer Beschleunigung, ne? Ja, gut, Gravitation. Genau. Um jetzt hier mal auch die Physiker... Ja. Okay, zurück zum Text. Also, warte mal. An der Ostwand geht es zur Hochzeit Norden. Warte mal. Ich sage dir, wir müssen die... Wir müssen den Tisch untersuchen. Ich habe... Und das Himmelsbett. Na ja, also hier, wir müssen den Tisch... Nee, ähm, wir müssen aus den Bettlagen ein Seil machen, mit dem wir aus dem Fenster klettern können. Mhm. Oder so. Meinst du, ist das hier so eine Art Text-Adventure-Form von, ähm, Roguelikes? Äh, du meinst, dass man es immer wieder neu spielen muss, bis man es irgendwann besiegt, weil man... Ja, fühlt sich gerade so an mit so wenigen... Ja, finde ich aber gar nicht mehr so schlecht. Das ist erfrischend. Das stimmt, ja. Dass man einfach mehrere Iterationen braucht, äh, um rauszufinden, was man machen muss. Okay, aber dann müssen wir ja mal, mal ein bisschen, äh, Trapattoni hier machen, oder? Wie sagt man? Ja, Gerald kommt jetzt hier. Ach so. Ich untersuche jetzt nochmal das Bett, während er sich missionärend. Ähm, die Schlafstätte des Groen Erben. Nächtlich wälzt du dich hier umher und träumst von einem besseren, einfacheren Leben. Ey, das, was ist das denn für ein Typ? Der hat hier alles, was er... Wenig beschreibend, aber der Text, ne? Der wird sich vor allem nochmal umgucken, wenn er dann wirklich so ein einfacheres Leben hat, in der Zeit war das, glaube ich, echt nicht gut. Da hast du ein Schnupfen und stirbst. Ja, oder ein Bandit raubt dich aus und dann stirbst du. Naja, äh, schneller als erwartet greift dich Gerald. Genau, so, jetzt zerrt er uns schon wieder rum. Na, mich noch nicht. Mir sagt er erst, dass die Gäste warten. Warte mal, was können wir machen? Ich wollte nochmal das, ähm... Ja, untersuch mal. Den Tisch untersuchen. Ach nee, hatten wir schon, ne? Im ersten... Ja, wir brauchen, ja genau, Tisch haben wir schon, aber wir brauchen so einen Laken und dann können wir uns ein Seil bauen oder einen Fallschirm. Aber ich gucke erst mal unters Bett. Oh ja, auch gute Idee. Weil da könnte man sich im Notfall verstecken. Oh, gute Idee. Dort ist nur der Staub der Jahrhunderte. Oh, da wollen wir aber nicht rein. Wir haben neue Klamotten an. Ja, aber Staub ist fürs einfache Volk. Stimmt, das ist schon okay. Du kannst dich schon mal vorbereiten, wie das dann ist, ne? Genau, wie sagt man jetzt hier? Versteck dich neben... Also, Kletter unter Bett oder so? Kletter. Ja. Obwohl, wenn der Typ daneben steht, ist es auch... Ich bin schon verheiratet, sorry. Ach so. Du kannst nichts dergleichen sehen. Okay, plötzlich kann er das Bett nicht mehr sehen. Okay. Warte mal, ähm... Nimm-Bett? Nee. Nimm... Es ist halt wenig... Oder reinlegen und so tun, als wäre man krank. So, sorry, Gunther, äh, Gerald. Es ist leider gerade nicht so gut. Du legst dich in das purpurfarbene Himmelbett. Mhm. Die Wache nähert sich dir langsam. Oh, das wird jetzt aber eine ganz andere Art von Film. So, und jetzt? Lächel... Lächel ihn an. Hm. Wir könnten ihm was vorlesen aus dem Buch. Nein, er lief uns was vor, damit wir einschlafen. Ach so, das wäre auch süß. Aber, ähm... Ja, ähm... Schlaf ein? Nee. Ja, genau, gib mal einen Schlaf oder so. Ja. Okay, tot. Gut. Aber ich fand die Idee mit Unterbettverstecken nicht schlecht. Aber das müsste man auch gleich wieder neu... Also gleich machen, ne? Gleich im Anfang. Genau. Okay, also Neustart. Warte mal, verstecken. Erstens Fenster auf. Nee, nee, nee. Erstens Fenster auf. Genau, 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 genau. Öffne Fenster. Sehr gut. Zack. Jetzt? Wollen wir mal rausschauen? Vielleicht ist da links oder rechts irgendwie so ein Haken oder so. Ja, okay. Schau raus. Fenster. Nee, nichts. Mist. Interessantes. Moment mal, wieso bin ich jetzt eigentlich schon bei Zug drei? Ich habe da erst zwei Dinge eingegeben. Ja, ich auch. Vielleicht ist Neustart schon ein Zug. Egal. Also, ähm, jetzt Kletter unter Bett oder so? Kletter unter Bett. Also, du kannst nichts dergleichen sehen. Ah, ne. Äh, leg dich unter Bett. Ne, das... Im Augenblick ist dich, in Klammern du selbst, nicht zu sehen. Was? Okay. Danke, Spiel, für diesen Hinweis. Hm. Ähm, hinlegen vielleicht. Das Verb verstehe ich nicht. Was? Äh, ducken, kauern, rollen, schmusen, zusammenrollen, hocken. Hock unter Bett. Diese Sätze, die sind auch... Darfst du niemanden zeigen. Aber das ist... Aber warte mal, das ist interessant. Die Züge sind jetzt nicht weitergegangen bei... Ach so, weil es alles fehlerhaft war. Okay. Na, immerhin. Also, man kann zumindest Fehler machen. Ich schaue mich nochmal um. Mal sehen, ob dann die Züge weitergehen. Oh ja, äh, das ist nicht gut. Das, das, ähm... Okay, aber das Pergament kommt auf jeden Fall... Reingewurstelt? Also, ich habe mir das Pergament Geralt gezeigt. Und da steht da, die Wache ist nicht beeindruckt. Hm. Ja. Also, unters Bett hattest du ja schon geguckt, ne? Mhm. Da war, genau, da war ja nur der Staub. Oh, hier, ich untersuche mal die Tür. Ah, ich hätte jetzt, äh, leider steht da nichts. Ich hätte jetzt, ähm, gehofft, dass da sowas steht wie, ah, da ist eine Riegel dran, den wir dann ver, ähm, verriegeln können. Aber leider nicht. Ich bin auch gerade zum Fenster gegangen, also ausprobiert, aber das geht nicht. In der Annahme, dass ich, weißt du, sonst hätte man, wenn der auf dich zubraust, dann wärst du ausgewichen und er wäre aus dem Fenster geplumpst, ne? Hm. Hm, ja, das finde ich gut. Oder ich versuche mal, den Staub unter dem Bett zu nehmen und dann werfen wir dem Geralt ins Gesicht. Da muss der Staub aber schon ein Zentimeter dick liegen da. Es ist geschlossen. Ja, warte mal. Öffne Buch. Das Spiel lügt uns an. Ah, ich hab die Lösung. Oh, okay, aber warte, erst will ich noch ausführen, dass das, äh, meine Kritik, ja. Ähm, das Spiel sagt ja, wenn wir unter das Bett schauen, dort ist Staub der Jahrhunderte. Und dann sag ich, nimm Staub und dann sagt es, du kannst nichts dergleichen sehen. Ja, so schnell sind die Bediensteten hier. Kaum hast du den Staub gesehen, ist er auch schon weggewischt. Ach so, das ist nicht schlecht, ja. Also öffne Buch, sagst du? Das ist der neue Ruhmbar, verstehst du? Der neue Staubsauger. Der kommt, wenn du drüber nachdenkst. Uh. Ja. Äh, was hab ich gesagt? Ach so, ja, äh, ich hab einfach mal das Buch geöffnet. Mhm. Du öffnest das Buch, il principio, oder so? Weiß ich nicht. Und bringst eine Pistole zum Vorschein. Da können wir uns erschießen. Auch nicht schlecht. Problem gelöst. Also, nimm, mal gucken, ob ich noch Zeit habe dieses Mal. Pistole. Nimm Pistole, ja. Oh, die Wache nähert sich dir langsam. Du trägst jetzt die Pistole bei dir. Ähm. Erschieß. Echt? Ah, hallo? Erschießt Gerald mit Pistole. Zack, bumm. Krass. Hier. Du zückst, äh, du zückst, äh, du zückst die Pistole und zielst auf die Wache, welche einen panischen Blick bekommt und die Flucht ergreift. Mist, nicht mehr erschießen muss man. Naja, gut. Leider drückst du einen Moment zu spät ab und schießt lediglich ein großes Loch in die Wand. Immerhin hast du Gerald vertrieben. Ist ja ein ziemlich brutales Spiel, oder? Leider ist hier keiner gestorben. Immerhin. Ist das nicht ein Wort? Gut, aber, äh. Ich weiß es nicht. Bin selber schlecht im Deutsch. Chen. Im Deutsch-Hen. Also, auf den Deutsch. Äh, was war? Was sagtest du? Ähm, ich, ähm, wollte nur anmerken, dass damals das menschliche einzelne Leben noch nicht so wichtig war. Von daher ist es wahrscheinlich relativ normal, wenn dann der König dauernd seine Wachen erschießt, weil, ey, sorry, der Pudding war, äh, der hat mir das Zügenlein verbrannt. Puff. So. Okay, Gerald ist immer losgeworden. Sehr gut. Können wir jetzt, ähm, wollen wir jetzt? Wir schauen uns erstmal rum. Ja, genau. Aber wollen wir jetzt mal, ähm, durch die Tür gehen? Weil jetzt ist sie ja offen und dann könnten wir ja vielleicht, ich weiß nicht genau, ob wirklich dahinter direkt die Hochzeit ist. Ansonsten könnten wir in irgendeinen Gang abbiegen, der uns dann zum Baum bringt, wo wir eigentlich hin sollen. Hm. Können wir machen. Okay, Bettlaken und Bettzeug gibt's nicht. Also. Nee. Hm. Ja, also ich geh jetzt mal durch die Tür. Ja. Also was ist im Osten, ne? Äh, geh durch, ja, das geht noch nicht. Geh durch die Tür. Ach ja, du kannst nicht, weil die Tür zur Hochzeit nirgendwo hinführen. Okay. Also das ist relativ klar. Wir sollen da nicht lang. Okay. Müssen wir da aber nochmal durch den Text gucken, ne? Schau unter Tisch. Ich schieb nochmal den Tisch. Nur zur Sicherheit. Du könntest das Bett aber auch nochmal verschieben, oder? Weil das klingt sehr schwer. Bett? Nee, das geht nicht. Okay. Aber war da nicht irgendwas drüber? Warte mal. Okay, hier. Ich hab jetzt. Himmelbett. Ist doch so ein Himmel drüber. Ja, das stimmt. Aber ich hab jetzt mal das Fenster untersucht. Und jetzt sagt das Spiel, auf was wartest du? Das ist der einzige Weg, das Zimmer zu verlassen. Also vielleicht nicht springen aus Fenster, sondern es klettern aus Fenster oder so. Okay, aber N geht nicht. Mit keinem Weg in diese Richtung, sagt er. Also stammt mal. Wir können ja auch mal einfach statt springen einfach nur steig aus Fenster machen. Mal gucken, was er da sagt. Äh, gewonnen. Ja, wir haben's geschafft. Das war ja überraschend schnell. Vorsichtig tastest du dich an Efeu und Mauerritzen die Wand herunter. Bis du den Boden erreichst. Naja, Leute, das hätte ich auch gleich sagen können. Vor dem Palast. Du hast es geschafft. Dort, gleich in der Nähe, ist der entsprechende Baum. Was? Ach, der spricht? Der dich zu deiner Liebsten führen wird. Wie macht er das? Endlich bist du frei, um ein neues Leben in Bescheidenheit, Armut, aber auch Glück zu beginnen. Ich denke nicht, dass damit viel erreicht werden könnte. Was? Was? Wie? Du hast gewonnen. In diesem Spiel hast du null Punkte von null Möglichen bekommen. Äh, gemacht. Und zwar in 19 Zügen. Äh, Simon, ich glaube, wir haben das Spiel jetzt auch durch. Das ist ja fantastisch. Und eine neue Staffel ist beendet. Krass. Sehr gut. Können wir gleich nachschieben direkt. Das ist ja super. Aber, ähm, ich verstehe den letzten Satz nicht. Ich denke nicht, dass damit viel erreicht werden könnte. Ja, das ist vielleicht so ein FDP-Werbespiel. Weißt du, Armut, Bescheidenheit. Ach so. Okay. Ich verstehe. Das passt dann nicht in die Klientel rein. Verstehst du? Und ich würde gerne wissen, wie dieser sprechende Baum uns zu unserer Liebsten führt. Ja, das stimmt. Der ruft halt. Ja, oder er wächst halt sehr langsam. Er wächst sehr langsam in die Richtung. Ähm, und deswegen dauert das auch 200 Jahre, bis wir dann da sind. Nee, der Baum ist ja da, wo wir uns treffen wollen. Der ruft einfach so lange und, 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 und säuselt, dass wir immer hörend den richtigen Weg finden. Nee, guck mal, da steht der sprechende Baum, der dich zu deiner Liebsten führen wird. Der steht ja nicht da. Wie? Na, ergo, sie ist nicht am Baum. Obwohl sie ja, was hat der Baum überhaupt damit zu tun? Sie hat geschrieben, komm zum Baum. Weißt du, jetzt führt der Baum sich hier wichtig auf. Ja, ich führe dich zu deiner Liebsten. Nee, die kommt zum Baum. Der hat dich vielleicht gefressen. Ich meine, oh, ja, okay, das kann sein. Aber der Baum, das Einzige, was der macht, ist da sein und ein Landmark sein, wo man sich verabreden kann. Gut, ist auch ein Achievement, aber trotzdem, abgesehen davon, muss der gar nichts aktiv machen. Er muss einfach nur dastehen und rumstehen. Na, echt so ein Baum. Was hat der aber jemals für uns gemacht? Weißt du? Naja, jetzt führt er sich hier auf. Ja. Gut, man könnte es natürlich so sehen. Aus seiner Perspektive, wenn sich Dinge auf ihn zubewegen und weg, wenn er so die Augen zukneift, sieht das vielleicht aus, als würde er sich dorthin bewegen. Weißt du? Also, das ist wie, wenn man im Zug sitzt und dann bewegt sich der andere Zug. Man denkt aber, man selbst würde losfahren. Weißt du? Weil man keinen Referenzpunkt hat. Verstehe ich schon. Und vielleicht ist das so für den Baum. Der denkt die ganze Zeit, dass er sich durch die Welt bewegt. Nee, nee, nee. Baum. Du bist statisch. Alles andere bewegt sich. So. Da braucht man ein Physikbuch. So, Simon. Spiel durch. Jetzt haben wir den Baum noch fertig gemacht hier. Ja, schön. Ist eigentlich ganz okay, gell? Also, ich fand es ein angenehmes Spiel. Ich habe tatsächlich vorher, habe ich dir nicht gesagt, aber ich habe auch gedacht, ich hätte mal wieder Lust auf ein, ja, so ein Fantasy-Spiel. Und es wurde erfüllt. Also, es war jetzt, doch, es war ja auch Fantasy. Sehr schön. Nur sehr kurz, ne? Also, ich habe jetzt gerade echt nicht damit gerechnet, dass es gleich durch ist. Ja, ich dachte, jetzt kommt erst der Auftakt, ne? Ja, hätte ich auch gedacht, naja. Das ganze Abenteuer. Aber, um ehrlich zu sein, ich finde es auch mal sehr erfrischend, tatsächlich. Also, kann man nichts sagen. Ja, nach so einem fast Jahr nix, ne? Kommen jetzt hier gleich die Spiele. Genau. Wir sind es gewohnt, dass die acht Episoden haben. Aber, ich sage mal so, ne? Schön, schön, kein doofes Rätsel dabei, glaube ich. Ein doofes Rätsel haben sie ja immer. Meistens. Ja, dann sind wir gespannt aufs nächste Spiel, ne? Mal gucken, was das sein wird. Absolut. Genau. Gut. Na dann, wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie ihr. Liebe Zuhörer. Und dann viel Spaß noch und viel Erfolg. Und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.